Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Final Mix. Wir sind jetzt hier, äh, für nur des Bösen und müssen jetzt hier einen Weg suchen, hier durch. Ich suche eigentlich gerade was Bestimmtes. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Erstmal, Abilities. Ich meine, Einstellung. Ähm, Vitra. Und Items. 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 Und, Was ist es. Da habe ich auf jeden Fall eine Truhe. Wettung von Materia. Da sind noch mehr Truhen. Gut. Gut gemacht. Ora. Bohrgummi. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Immer schön weiter gleiten. Wir dürfen nicht eine Truhe vergessen. Ultima Gummi. Okay. 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 Okay, sind wir schon mal weiter höher? ich habe wir schaffen das jetzt so mit ihr ausstab ist nichts an ausrüstung für donald der große magierstab es ist weg so und 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 Scheint alles gewesen zu sein Dann suchen wir mal den Boden Sehr witzig, Sora Herzengelgummi Ein Sperrpunkt, dann speichern wir Ich kann nicht hier raus Nicht gut Ich wollte ja noch die Arena machen Und noch andere Sachen Ja, du wirst mir nur sagen, dass du hier ranspringen kannst, Sora Das weiß ich ja Und hier haben wir noch paar nette Gesellen Die uns vielleicht freiwillig ihre Items da lassen Aber hier sieht es nicht mehr nicht gut aus, dass wir Nicht mitrückkommen Nochmal speichern Und hier sieht irgendwie etwas voll aus Okay, das sieht auf jeden Fall nicht sehr nett aus Weltenkratzer Sind wir hier? Können auch nicht zurück Wenn ich das gewusst hätte Hätte ich es nicht gemacht Okay, hier ist eine Finsternis Die darf nicht da sein Hey Die Stadt Traverse Nein, das ist nicht Traverse-Mitte Okay Okay Wollte gerade fragen, wer ist der nächste? Die Gegend mag ich gar nicht Rubinstein Das höchste Item Okay Ich weiß nicht, was ich sagen wollte Eigentlich Sie ist immer noch dunkel Ich glaube, man kann die hier immer wieder besiegen Noch eine Dunkelheit Luna-Splitter Donnerquartz Auf ins Wunderzimmer Ja, das sieht verwunderlich aus Aber ist nicht das Wunderzimmer Dann müsste es hier die Arena sein Was macht Was machen die Orte hier? Sind die Welten durch so in Gefahr schon wieder alle? Ja, das sieht aus ok wo ist die schatztruhe da zernit stein in die arena selbst können nicht rein dann müssen wir den ausgang nehmen fünfzig gründen hat der haus gab 50 gegner ob wir das schaffen ob ich das schaffe ja gesagt der dschungel jetzt muss es auf jeden fall der kampf hier einfacher werden auch ja 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 hier drin luna stein wenn es bloß ein pokémon wäre ja hier sind wir araba also einmal ganz das ganze gebiet hier Eine Bollerwampe. Dahin ist noch eine zweite Bollerwampe. Die Bollerwampe. Soll ich jetzt nur noch die Truhe finden. Hier. Pyrostein. Mir fällt es jetzt auf, dass hier die Geräusche an diesem Schmoller sind. Das ist nicht sehr schön. Das heißt, diese Welten sind nicht echt. Heute sind wir jetzt schon so tief drin, dass das hier... Boah. Nicht vorstellen. Mit Ariel jetzt kämpf... Nicht mit Ariel, sondern in Ariels Welt. Atlantis kämpfen wir jetzt. Oh. Okay. Okay. So, ja. Let's go ring. Stimmt, du hältst mein dritten Slot für Ausrüstung. Okay, das ist zwar auch was Tolles, aber nicht das, was ich gedacht hätte. Ich war noch nicht im Monster drin. Hä? Ja. Nennt wir hier. Ogi-Bo... In der Vorderkammer von Ogi-Bogi. Die haben gerade Spielzimmer. Aber ich glaube, es ist für ihn ein Spielzimmer. Luzid-Stein. Luzid-Stein. Die Knöpfe sehen ja alle so freundlich aus. Schnell wieder raus. Es müsste... Nimmerland kommen. Ja. Warum können wir hier nicht fliegen? Hm. Ja, wie gestern kommen sie da raus. Nächste Tür. Das war schon alles? Mächtiger Schild für Goofy. Oh. Die Ausrüstung. Hm. Sehr guter Schild. Zwar klein, aber mächtig. Mir klingt. Scheint. Der Kampf hat mich etwas enttäuscht. Okay. Grün ist etwas Gutes. Rot nicht. Winnie-Pooh. Pfeiler Elixier. Und ein Speicherpunkt. Wir können auch hier raus. Speichern wir. Weltenkratzer. Guckt mal, Dolan Goofy. Hier ist das die Welt von Winnie-Pooh. Aber was sind die Herzlosen hier? Da beim Roten. Es klingt auch schon gefährlich. Das müsste von, ja, Hollow Bastion sein. Hier sind auch gleich die ganzen, äh, durchkneiten. Okay, da geht's zurück. Ja, aber wenn ich hier durchkomme, dann sag ich so, ja. Aber, wie kommt mir das hier nicht mal bekannt vor? Was ist das hier? Was ist das hier? Elixier. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 Kammern. Oh, ihr herzlosen Kinder der Dunkelheit, die euch gegab. Die Welt sollt ihr mit eurer tiefsten Schwärze überziehen. Erscheinen soll es. Das Herz der wahren Welt. Vereinen sollt ihr alle Herzen ein Herz aller Herzen. Alle Herzen ein Herz. Kind im Herz. Das Königreich der Herzen. Das Herz aller Herzen, die Geburtstätte des Dunklen. Die Dunkelheit ruft euch, ihr Kinder der Schatten. Ersticken soll das Licht an euch. Doch nur für reine Herzen sollen sich die Pforten des Königreiches öffnen. Sieben solcher von dunkeln über unberührter Herzen. Sieben Schlüssellöcher und zwei Schlüsse öffnen jene Pforte in die Dunkelheit. Sieben Schlüssellöcher. Ähm. Mal nachüberlegen. Wir hatten eine Traverse eins. Saar zwei. Da ein viertes. Es sind mehr als sieben Schlüssellöcher. Zwei Schlüssel. Wir haben viele Schlüsselschwerter. Die Pforte, die dem Licht Einhalt gebietet. Dem lichten Herz bleiben sie auf ewig verschlossen. Dem dunklen Herz soll die Heimkehr erlaubt. Oh, ihr Kinder der Dunkelheit. Bis die Zeit kommt, seid gierig auf jenes Herz, das ihr findet. Oh je, das Herz. Okay, ich hab mich verlesen. Tut mir leid. Ja, jedes Herz, das ihr findet. Und hier ist auch schon der Part. Euch noch einen schönen Tag. Und ciao. Wir sehen uns dann in der Stadt Traverse. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. anybody Untertitelung des ZDF, 2020